Ja, herzlich willkommen zum täglichen Gedanken vom Dankfeld. Gesegnet sein mit Gottes Segen. Bilder für die Seele, ein Augenblick Besinnung für jeden Tag von Benno. Heute ist der 10. April. Blumen des Herzens Die Blumen des Herzens wollen freundliche Pflege. Ihre Wurzel ist überall, aber sie selbst gedeihen in heiterer Witterung nur. Friedrich Hölderlin Danke fürs Zuhören. Gesegnetes sein mit Gottes Segen. E-Vater